Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Video zum neuesten Minecraft Snapshot 13w17a und zur neuen Minecraft Pre-Release Version 1.5.2. Ja, heute gibt es gleich zwei verschiedene Minecraft-Versionen gleichzeitig. Und es ist einmal die Version 1.5.2, in der gibt es ein paar Bugfixes für das richtige Minecraft, nenne ich es jetzt mal, also für die Version 1.5. Und einen neuen Snapshot für die kommende Version 1.6 gibt es auch. In dem Pre-Release für 1.5.2 sind nur Bugfixes drin, das heißt es gibt keine Pferde oder die Änderungen, die bisher in den Snapshots vorgenommen wurden, sind da nicht mit drin. Es gibt nur Bugfixes von der Version 1.5.1 und dann eben wie gesagt den neuen Snapshot, wo ein paar neue Features eingefügt werden ins Spiel. Jetzt aber erstmal zum Launcher, der wurde ein bisschen erweitert, ihr könnt jetzt den nämlich schon sinnvoll nutzen mit einigen Versionen, mit der Version 1.5. mit den letzten beiden Snapshots, mit der Version 1.5.2 und 1.5.1. Zum letzten Snapshot gab es nochmal eine kleine B-Version, da wurden kleinere Bugs gefixt, werde ich aber nicht genauer drauf eingehen. Jetzt erstmal zur Version 1.5.2, zur Pre-Release Version. Also, was gab es da für Bugfixes für eure Minecraft-Version? Es gab einen Bug, bei dem Jukeboxes, also diese Schallplatten, ihre Lautstärke wurde nicht geringer, wenn ihr von denen weggelaufen seid, das war ein bisschen blöd. Ähm, ein paar Bugs mit verschiedenen Sprachen gab es, gezähmte Wölfe und Katzen sind teilweise einfach, ähm, gedespawnt, also einfach verschwunden. Ähm, der Enderman, ähm, hat Bugs, äh, hat irgendwie rumgebugt, wenn er von der Umwelt Schaden gekriegt hat. Ähm, Pickblock hat nicht richtig funktioniert, also, ähm, Shift-Klick hat nicht richtig funktioniert. Ähm, ein Achievement hat irgendwie rumgebugt, ähm, der Anvil konnte einfach so benutzt werden, ähm, ohne dass er irgendwie Schaden genommen hat und verschiedene weitere Bugs mit den Realms wurden gefixt, die aber ja den normalen Menschen eigentlich noch gar nicht interessieren, weil die Realms ja eigentlich noch in der Beta-Phase sind und für den normalen Nutzer noch gar nicht zur Verfügung stehen. Ja, das sind also die Bug-Fixes in der Version 1.5.2, jetzt nichts Spektakuläres. Falls euch die Version interessiert, ähm, könnt ihr die natürlich wieder auf der Mojang-Homepage runterladen. Ansonsten wird die dann im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich auch einfach so im Launcher freigeschaltet als offizielle Version. Ja, ähm, soviel zur Minecraft-Version 1.5.2 und weiter geht's mit der neuen Snapshot-Version 13W17A, in der gibt's keine großen neuen Änderungen, also nicht so wie letzte Woche mit den Pferden und den großen Neuerungen, die es da gab. Es gibt lediglich hier einen neuen, ähm, Block und zwar Hardened Clay, also gestampfter Lehm, übersetze ich das mal. Craften könnt ihr das Ganze, indem ihr Lehmblöcke brennt, dann kommt hier der Hardened Clay raus und mit dem könnt ihr dann hier ganz normal bauen, ähm, ja, ist eben so ein brauner Block, sieht ein bisschen gleichmäßiger braun aus wie Erde und genau, mit dem könnt ihr jetzt auch, ähm, bauen. Und, ja, was gibt's noch für Neuerungen? Eigentlich nur noch kleinere Neuerungen, zum Beispiel hier auf dem Such-Tab hier, wurden jetzt hier immer die, ähm, Verwendungsarten mit eingeblendet, also Baumaterial, Dekorationsblöcke und so weiter. Ähm, ich glaub zumindest, dass das gemeint ist, ich glaub, das gab's vorher noch nicht. Ähm, im Change-Log steht lediglich, dass es neue Tool-Tipps gibt in der Search-Leiste und ich glaub, da ist das damit gemeint, was anderes fällt mir hier nicht auf. Ähm, ja, soviel hierzu. Was gibt's denn dann noch? Ja, die Wüsten sind jetzt anscheinend mehr als die Wüsten. Angeblich werden jetzt keine Wasserseen mehr in der Wüste generiert. Lava-Seen gibt's weiterhin, aber keine Wasserseen mehr. Ähm, ob's ansonsten noch Neuerungen gibt in der Wüste, steht im Moment noch nicht fest. Der Snapshot ist erst ein paar Minuten, beziehungsweise knapp eine halbe Stunde alt. Deshalb, ähm, kann sein, dass da noch kleinere Änderungen gab. Auf jeden Fall nichts Größeres mehr. Ähm. Änderungenphonetic